Moin Moin, ich bin Kai vom Steine Kanal und heute schauen wir uns das aktuelle Lego Star Wars Magazin mit der Nummer 71 vom 24. April 2021 an. Als extra haben wir diesmal einen Thai Bomber im Vollpack dabei, dieser besteht aus 28 Teilen. Ansonsten haben wir im Heft das übliche drin, ein Comic und etwas zum Rätseln und Knobeln für die jüngeren Leser und in der Mitte haben wir dann noch ein Poster vom Mandalorianer mit dem Schriftzug, das ist der Weg. Und auf der Rückseite haben wir ein Poster vom Imperator mit der Aufschrift Aufstieg der Sith. Wenn wir dann etwas weiter blättern, haben wir dann die Bauanleitung und nach insgesamt sieben Bauschritten ist der Thai Bomber dann fertig aufgebaut. Da der Thai Bomber aus nur 28 Teilen besteht, ist dieser natürlich schon bereits nach drei Minuten fertig aufgebaut. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die kommende Ausgabe, diese erscheint am 22. Mai 2021. Mit dabei haben wir dann als extra einen Jedi Starfighter und dieser besteht dann aus 29 Teilen. Im Anschluss zeige ich euch noch ein paar Bilder des Thai Bombers. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen, gebt dem Video einen Daumen hoch und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020